Hm. Hm, hm, hm. Komm ich hier vielleicht mit nem Hut runter? Nein. Achja, der wollte den Hut nicht ersetzen. Ich bin mir sicher, ich hab die richtige Taste überdrückt. Hm. Ich fahr weit und breit nichts außer Schnee und Komische. Kaputte Lampen hier am Wegesrand. Hopp. Sind wir hier schon wieder, wenigstens etwas. Hm, hm, hm. Warum hat der uns eigentlich so einen komischen Helm hier gegeben? Keine Winterwaren und irgendwie Schneesachen, da werden die frieren. Hm. Ich würd hier so langsam frieren, wenn ich in diesen dünnen Sachen hier rumlaufen müsste. Na ja. Nehmen wir kann das ab. Speich schon. Ja. Warum ist ne Puppe? Da ist noch ne Puppe. Und auch nur so ein... Ultrafies. Kann ich den vielleicht? Nein. Keiner stehen flach. Hier mit. Na klar. Sind die komischen kleinen Luschenviecher? Komme ich hier rein. Aber ich hier nicht. Ähm. Geiltrank, Geiltrank, Geiltrank. Oh, mach ich mich nicht geil, als ich da oben war bei den ganzen Obstbäumen. Ähm. Schöne Scheiße. Einen hätte ich schonmal, einen hätte ich schonmal. Wo ist das andere? Ja komm. Immer wieder blocken und angreifen. Anders kann man die ja nicht besiegen. Leider. Ich mag ihn nicht, aber das äh. Lange habe ich auch den Gehrauch wie man ihn auch die besiegt. Am Anfang war ja ganz aufgeschmissen, wie man sich vielleicht noch dran erinnert. Blümchen. Kistchen. Heiltrank. Oh. Keil. Noch ein bisschen Obst. Jetzt wäre die Frage, links oder rechts lang? Klingt sich natürlich schöner aus. Ach, das reicht erstmal mit Herzen. Oh. Ein Blau ist etwas. Ah, hier ist der Tempel, von dem der andere sprach. Noch ein Blaues, ähm. Berg vor allen Dingen. Sag mal hier wieder Petersilie. Ja. Komm, wir beklauen sich essen, bevor wir die reden. Was? Wurfsterne. Auch noch nicht benutzt. Honigwabe. Komm, wir sind noch kein Fressen hier. Reicht das? Ah. Ja, fast. Noch eine Kiste von dir kaputt. Ey. Und reden. Oh ja, Ninja. Meine Tango-Brüder haben gesagt, du würdest mich besuchen. Wie kann ich dir helfen? Äh. Ja, wie kannst du mir helfen? Rezepte. Mal Waffen. Zeitbombe. Hm. Gute Reise. Alle Tengus verfolgen dein Abenteuer mit großem Interesse. Oh. Ich hab Fans. Du bist wieder da? Ja. Ich will noch mehr Waffen. Noch eine. Noch eine. Na ja. Gute Reise. Alle Tengus verfolgen dein Abenteuer mit großem Interesse. Ich bin doch kein Moff. So. Hier nochmal schnell. 2, 3 Bärchen. Wolltest aber auch reichen. Mehr geht hier nicht. Äh. Nicht eins. Kuh. Und Batz. Alle weg. Hihi. Nein. Ich bin nicht immer. Oh. Wo kommt er her? Hab ich gar nicht gesehen. Lalalala. Und Batz. 1, 2 und Batz. Von auf dem Nüsse. Äh. Auf dem Kopfnuss. Verlaufenden Schädel. So. Das war das, was ich sagen wollte. Speichern. Einen kleinen Hero wieder nehmen. Nee. Auf Lesestunde hab ich was keine Lust. Oh. Blümchen. Ein Gingsengwortel. Yay. Ich hab mich beinah verlaufen hier. Ich hab mich verlaufen. Wo muss man lang? Hä? Von wo komm ich denn gerade? Hm. Was sind das hier für verlassene Posten? Hm. Blum. 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 Auf jeden Fall hab ich wieder dieses komische kleine. Nicht Tempel. Sondern äh. Wies Geräusch, rum ahn halt seine Zauberler kriegt. Das heißt, gemein hier ist der hinterhalt. Mus ich die hier erstmal weglocken? Komm, greif mich an, genau. Nee, das kriegst du nämlich schön auf die... Öp. Auf dem Fresser. Du bist auch auf dem Fresser? Rechts, links! Komm hier, rechts, links, komm hier unten! Nein, das noch einer. heim ist eigentlich gleich gegenüber sein noch einer wenn es noch einer von ihnen hier soll ja von mir so viel nahrungsmöglichkeiten in der nähe sind die werde ich gleich auch mal anspruchs nehmen müssen war ich nie gesehen die büsche habe ich nicht und bernbüsche die ganze zeit gesehen musste ich doch dann landen so etwas schnurze schlechtlich so von hinten an das gibt es ja wohl nicht weiter jetzt noch mehr aus den bäumen springt ich würde mich das irgendwie auch gar nicht mehr überraschen das ist ja das hinterhältigste lager überhaupt von denen also nicht so dass ich nicht schon mal aus den bäumen gesprungen sind aber diesmal waren es irgendwie vor allem so fiese wieder fiese 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 gehe ich noch die landschaft die ist ja echt echt knorke warum weiter geht es noch mehr gegner endlich haben wir noch nicht mehr gehabt und die nächsten erledigt und speichern weiter geht es dann kommen wir denn endlich mal bei der festung anfang der eng gesprochen hat das hat er gesagt unten im tal das klang so als wenn wir in dem teil einfach gesagt haben auf jeden fall nicht weit weg ich höre schon aufzumeckern und dann hätte ich gerne sie weil ich hier mit euren scheißpixern wenn zahn stochern hier geben wir nämlich auf den nüsse ja da oben ach komm die dämmig nicht dafür voll kosten die dämmig ja und alle türen sind verschlossen natürlich nur die nicht wo gegner hinter stehen ich hätte sie getötet wie du musst werden da muss ich wohl noch mal auf ihn hier und kapaz schnell weg laufen wir machen das klar hat sie die frage auch erledigt ok neue taktik weglaufen wenn man auf mich schießt ja wofür zum weg laufen schießt natürlich nicht aber dann will ich natürlich wieder kommen schießt da treffen müssen wir noch lernen hier und ein bisschen obst wieder hier knabbern so bling 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 das ist fast voll das reicht ich glaube sogar hier wie weiter geht es auch gar nicht mehr hey ein zauber hätten wir finden können aber ich habe die blumen nicht gefunden also nächster level wir sind die bling 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 gibt